Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu GTA Online, mit der ganzen Raschelbande hier am Start. Alles stand es demnächst im Infernus, außer ich und Trap, wir konnten uns leider noch keinen leisten, aber das wird demnächst nachgeholt. So, wollt ihr nicht erstmal Hallo sagen? Oh, hallo. Ja. Hallo. Ähm. Ey, Hallo sagen nicht Hallo. Hallo war das, ja. Was? Wieso liegt denn da hinten einfach einer auf der Wiese? Ja, das ist der eine. Lass ihn. Guck mal, vor allen Dingen, die rennen hin, gucken ihn an. Ja, den können wir sowieso nie mehr helfen. Nein. Naja. Hilfe! Äh, wir sind deine Kollegen. Ja, wollen wir eine Mission starten? Auf jeden Fall. Du hast ja was Schönes vorbereitet, hab ich gehört? Ich war voll in den Siebener. Ich muss erstmal kurz, jetzt knall mich die Buhren raus. Jetzt wurde der vom MBC überfahren. Ey, heute ist mir Chaos. Ey, die fahren aber auch wieder wie so Behinderte. Sind auch Behinderte. Äh, oah. Hübsch. I don't. 1,2,3,3,3. Was macht ihr denn? Alter. Alex. Boah, wo ist denn hier was explosiert? Oh, wir haben mal den, wir haben mal den, wir haben mal den. Der Krankenwagen. Oh, der Krankenwagen. Ihr zerstört einen Krankenwagen. Ah ne. Ja, Capture, genau. Mann, Mann, Mann. Der hätte auch der Avenger drinsitze. Äh, oah. Hätte, hätte. Nicht zum Krankenwagen. Habe. Offen. Gleich. Habe. Sieht der wie in Inferno hier! Ein Feuer in Inferno! Nein! Oh, warte, warte, warte! Die Taler gehören! So, 10! Okay! 10 Dollar! Dafür bin ich ausgestiegen! Echt? Richtig viel, ne? Hammerhart! Bin ich nicht gereicht, Leute! Haut rein! Oh, die Impulse heißen! Ich glaube, wie geht es bei deinen aus? Auf jeden Fall! Wo man einen Strip guckt, naja noch, oder? Ja, ja! Geil! Ich bin jetzt überrascht, wenn dich ausmachen ist kaputt! Ja, irgendwie Avenger wurde letztes Mal eifersüchtig, ne? Was? Weil er keinen abbekommen hat! Weil er keinen abbekommen hat! Weil er keinen abbekommen hat! Und nicht mal für Geld! Voll den keinen, ja! Und ich bin der reichste! Du bist der reichste! So, heiße Teile! Miss you! Und ein Mafia Boss hat sich Tuning-Teile für den neuen Centuro kommen lassen! Welche der Onkel unbedingt haben will! Schnapp dir den LKW mit den Tuning-Teilen, bevor es jemand anderes tut! Das Gute ist ja, dass der Onkel ja bei uns gerade mit dabei ist! Ja, jetzt müssen wir nur ein paar Leute noch hier reinkriegen! Stimmt! Und Waffen in Besitz machen! Ich habe keine Lust auf einsammeln! Ansonsten 3 gegen 3! Ach, einsammeln ist eigentlich cool! Findest du? Ja, das ist doch fair! Für mich und Trap ist das auf jeden Fall fair! Fair! Nein, das wird die Fairness! Na gut, du kannst mich jetzt nicht einladen, weil ich bei Slay drin bin gerade! Komm schon! Aber ihr könnt doch welche einladen, oder? Ich habe keine Freunde, ich habe nur euch! Was reicht doch? Komm, der Tropson, Johnny Rage! Johnny, Johnny Storm! Johnny Walking Storm! Ich lade einen einen, und der lädt die anderen ein! Genau! Top! Ich kann ja auch noch mal gucken, aber bei mir ist das immer ein bisschen rar mit GTA Leuten! Ja, ich habe 5 Leute online! So viele! Ja, ich habe... Avenger! Aber wenn ihr euch vor einladen könnt, könnt ihr euch jetzt spielen oder so eingeladen, die online sind! Zitrone zockt! Der Enrico! Der kommt immer, wenn ich ihn einladen! Und der wird jetzt die anderen einladen! Oh, ich habe jetzt Zitrone gleich zur Party eingeladen! Aber ist auch nicht so schlimm! Wir sind sowieso noch nicht aktiv! Ja! Ganz gut! Haben wir noch jemanden? Ja! Black Devil! Oh! Erdbeere! Ist Erdbeere online? Ne, der ist schon offline! Oh! Warte mal, kann ich den Start nicht nur abbrechen? Vielleicht sogar Zeit verlängern können! Einfach die Lobby schließen, dann... Dann ratterst du, klapp Gas! Habe ich ja gerade gemacht, aber... Okay! Ähm... Spät ihr noch irgendwer GTA? Ne! 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 Ach, der Dennis, aber ich glaube der zockt sowieso nicht! Ne! Ne! Oh! Paladin Jupiter können wir nochmal einladen! Denken! Denken! Black Devil! Ratatouille, sondern nicht den Mark! Bild 9 ist je voll! Achso! Ja, dann reicht das ja! Timstar! Ja! Stakebeast! Feste Waffen sind die Waffen, die man besitzt! Rosi! Rosi! Ich hab die extra... Feste sind nur die, die ich ausgewählt habe und die, die rumliegen! Wegen Raketenwerfer und so weißt du! Ah! Jo! Ist ein bisschen fail, wenn die da alle... Ja, deswegen! Adieu, Timstar! Und Gamble... Keine Ahnung... Und Stakebeast! Osterblume! Das heißt Spieler! Mein Gott! Hauptsache Rosi ist dabei! GAMBLER! 83 Irre! SPIELER! 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 Heißt das nicht Zocker? GAMBLER ist eigentlich Zocker, oder nicht? Ja, Spieler, Zocker, meine Herren! Und meine Herren hier! Liebe Herren! Ja, genau! So, jetzt! Start! 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 Heische Teile! David, du bist der mit dem niedrigsten Level hier! Schämst du dich nicht so ein bisschen? Ich fühl mich richtig gut! Ich bin der OO und ich bin das Obergreenhorn! Oh mein Gott! Also ich seh schon mal, dass... Ich glaub Rossi ist dabei! Juhu! Die Gurke ist nicht dabei! Halt's Maul im Stück Scheiße! Ja, du sollst dann die Schnauze halten! Oh, zwei Crackheads streiten! Guck zu Papa! Ich habe für jede Arschbarke eine Hand! Ja, hab das schon richtig verstanden! Schade, jetzt geht's doch! Ich weiß gar nicht wie ich das mache! Hoffen wir, dass die NPCs nicht wieder rumbacken! Du kannst doch die Aktionen aussuchen! Die Gewinneraktion! Und dann kannst du einfach A drücken! Ja, das wäre natürlich mies, wenn die NPCs gewinnen! Ey, die spacken manchmal rum irgendwie! Achso, die spacken rum! Ich dachte schon irgendwie... Töten sie uns alle, haben sie wohl! Döten sie uns alle, um das zu tun! Wenn die spacken rum! Ja, ich hab' hier nichts! Waffe, das muss ich auch nicht... O-ah, das ist ein Zock! Döten sie uns an! Ja, ich hab' hier nichts! Döten sie uns an! Waffe, das ist ein Zock! Waffe! Zock! Waffe, du bist ja auch nicht! Ich hab' hier nichts! Oh, das ist eine Zock! und wirklich so gut an wer ist in der Artikel wie mit sich und ich möchte gehen Ossi Zitrone denken nur Jupiter auch hier in der Ruhe und ich als so das hat sich nicht verpackt und das aus als er voll gegen die Wand gebettert aber wir auf der Straße Borg-Borby-Gonier-Hälschung ja egal dafür sind die PZ-Kraub das war klar ich die Mare das fängt nicht an vielleicht geht es ja nun die zweite Gäste gut an ihr Adrien das war noch richtig und immer so oft ist überall wie drauf die Entschuldigung jemand kann wirklich im Waffenladen ich werde erst mal voll von der Tür weggekickt Freilich! Nein, ich hab' dich gekannt, du wirst. Freilich! Alter, was ist denn jetzt los? Äh, Schießerei! Hoho! Ach, der Weed, schäm' dich! In dein Schädel, Freund! Geh dir dich kein Wort mehr. Ja, es war schon klar. Wer hat denn den... haben wir den Transporter? Was? Los! Ja, ja, ich kommi! Oh, nur vielleicht! Alter! Scheiße, ich werd' gerade abgeknallt, glaub' ich. Weiß er nicht. Cool, ich gucke heute auf mich! Dann geh' ich mal denken, weil... Danke! Oh nein, ich wurde übelst gehedet! Hab' ich noch Essen? Alter, ich hab' gar kein Essen, glaub' ich. Ich hab' letztes Mal alles aufgesnatcht bei diesem Fail, Alter! So ein Fail! Küste an der Küste war's, glaub' ich. Da war die Gorka eben. Hä? Er hat wohl in die falsche Richtung. Nee, ich fahr' nur... so ein paar Leute um hier. Alter, Hilfe, ich fliege! Boah, der LKW geht da ab, ey! Ja, schon irgendwie. Citron hat selbst noch begangen. Ja! Weil ich mich umbringen wollte. Der Paladin ist gestorben. Oh! Alle machen selbst Mord, Mann, Mann, Mann. Alter, wie die Autos, die die NPCs hier rumglitschen. Ich hab' halt den überfahren. Du bist ja fies. Äh, Cops? Er ist auch fies. Ey, Junge. Was? Was? Was ist jetzt Runde? Penis! Boah! Die NPCs! Boah! Ich hab' die Sterne schon wieder verloren. Oh, ich fahr' hier ganz ruhig. Rossi, wie schaut's aus? Ja, ähm... Ich bin voll weit weg. Ich bin voll weit weg. Nur rote Punkte überall. Wir kommen schon. Wir kommen jetzt. Was macht der denn? Der hat die aufm... Mit den LKW-Regen. Komm, hier zieh' da weg. Geht eigentlich. Alter, hier sind auch überall rote Punkte. Ja, ich seh's grad, scheiße. Alter, musst du den da hinbringen? Ja. Oh, ich bin tot, scheiße. Toll, wo spawn' ich denn jetzt? Ich hoff' hier in der Nähe. Oh, wir sind schon in der Nähe von euch. Okay. Rossi ist, glaub' ich, schon kurz davor, den abzuliefern. Ja, warte, jetzt... Ach, super. Jetzt spawn' ich wieder hier hinten. Was ist das denn für'n Scheiß? Wieso nicht in der Nähe? Also, ich würd' sagen, wir gewinnen sowieso. Da er das Teil zur Let's Play-Uncle muss und der ist in unserem Team. Ja. Also, ihr seid in einer moralischen Zwicklung. Kein... Scheiße, Scheiße, ey. Ihr habt nur gewonnen, wenn ihr verliert. Ich hab' nur 35 Schuss. Gar nix mehr, vielleicht. Ah. Eigentlich wird's echt eng. Ja, super. Wenn ich wieder da spawne, wo ich... ... am Anfang von losgefallen bin. Na, shit, ist nicht tot. Na, super. Jetzt haben die den LKW natürlich, ne? Nein! Oh, es leckt... Ah, okay, jetzt geht's weg. Ey, jetzt hat er mir doch noch den Reifen zerschossen, der Wix. Wenn man nur aufpassen, dass er diese wilden NPCs nicht mehr hat. Hä? Wo ist denn... Ey, das ist unspielbar wieder hier, wahr? Alter, mal lecken. Dann sind sie neben dir, plötzlich sind sie wieder 50 Meter hinter einem. Alter, dann wieder vor einem. Das war eben eh besser, weil ich hab' die Drohne dreimal mit Vollgas überfahren und erst nicht verreckt, der Wix. Also... Ich weiß auch nicht, dass Leck ist auch... Nicht persönlich, ihr meint, ja? Ja, ja, genau, aber trotzdem. Dreimal. Das war so mies. Laser Gunkel heute wieder der Netteste von allen. Ja. Wie immer. Voll die Spasti-Action hier. Alter, das ist nicht meine Zeit. Irgendwer fährt mir die ganze hinten rein. Vor allem, wie soll ich ihn denn jetzt aufhalten, wenn ich gar keine Muni mehr habe? Ich hab' auch schon lange keine. Anschauen. Anschauen, warten bis sie umkippen. Na super. Gibt's hier Jets? Ich hab' keine Muni. Ich hab' auch schon lange keine, ne? Die Mafia. Ey, bis ich bei euch bin, vergehen muss Jahre. Ja, das ist mit den Sporns blöd, aber... Kann man halt eher anders machen, ne, im Caption. Aber ich... Sauber zu drohen? Gute Idee, ey. Ja, sich an unseren Spawn zu stellen, oder wie? Ne, sich ne Munitionslieferung zu holen. Achso. Wir müssen hier eigentlich beide Teams, äh, den Wagen zum gleichen Ort bringen, oder? Ey, der ist ja eigentlich voll fies, und warten und... Ne, genau, bis die da hinkommen und das Ding abgeliefert haben, kurz davor, und tötest die ihn, und bringst sie selber hin. So sieht's aus. Du musst ja erstmal wissen, denn, außerdem stehen ja auch diese ganzen Hans-Diefers da. Die ja immer nachspunkten. Na ganz ehrlich, die legen meine nicht so. Aber da schließen wir auf mich. So, wo ist jetzt der Transporter? Da wo er ist. Wo die Räder sind. Ich seh' das nicht. Ach da, jetzt. Ja, wie gesagt, bei mir. Ach, das kann sein, dass der Bild... Okay, okay, okay. Ich hab mich nämlich gewundert, warum die Sachen verschwinden, aber der Bildschirm ist ein bisschen... Also, das... Äh, die Darstellung vom Spiel ist ein bisschen breiter, als das Sichtfeld, was ich hier... Guck mal, beim Mafiaboss vorbei. Der Hans... So, Leute. Die haben Luftunterstützung. Hab ich gehört. Woher? Ich hab mir ein Jetkick klaut. Echt? Alter! Oh, wie der abgeht! Du auch? Du auch? Ja. Geil! Jetzt müssen wir das irgendwie reißen, ne? Das ist halt doch voll fies. Voll die Vögel seid hier. Ey, das Blöde ist nur, dass da überall Cops kommen, so weißt. Ich kann gar nicht die anderen un-aim. Ja, die Bullen laufen echt schon extrem so hart. Ja, aber dann hol ich mir einfach die Gatlin raus. Ja. Ja. Ich hab einfach... Zack! Wer sitzt denn in dem... Ist ein Roter da drinnen, ne? Also die haben grad den Chuck. Okay. Was passiert, wenn der LQ eigentlich in die Luft fliegt? Geht das überhaupt? Der ist ja wieder da ganz hinten, ne? Ach was. Dann lass uns das mal machen. Na toll, das haben sie doch schon gepackt hier, ey. Der ist viel zu spät reagiert mit den ganzen Sachen. Scheiße, der muss da vorne hin. Der ist schon fast da. Buck, die Tropfen drin. Ja, super. Ey, stoppern einmal. Dann war's das schon. Alter, boah! Ey, ich bin immer noch die ganze hinten. Ja, das ist der Grund. Ich fahr ja grad hin zu denen, aber... Ja, ich auch wieder. Aber ich bin... Auf dem Weg wieder hin zu denen. Jawohl. Ja. Äh, ich starte ab, weil das Spiel vorbei ist. Scheiße. Ich kann dich nicht mehr lenken. Ja, habt ihr gewonnen. Ja, weil wir die Besten sind. Und lange, ey. Nee, weil ihr immer das meiste Glück habt. Ja. We the best around. Oh, meine Gesundheit hat sich erhöht. Wuhu. Yeah. Ja, das gefällt dem anderen nicht. Was stand eigentlich bei euch vorhin die ganze Zeit unten? Äh, LKW holen mit Tuning-Teilen. Wieder zurückholen. Klaue den... Klaue den... Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Das Ding hatte wieder alles verdreht, ey. Na, wer will da wieder hungern? Ey, lass mal aktualisieren und lass uns mal... So. Einfach mal gucken. Oh, wie wenn der Capture. Nee, hör auf. Alter, ich hab keinen Bock auf Capture. Hätte ich so gern Trecker des Todes gemacht. Irgendein Rennen oder... Nee, Last Team Standing ist, glaub ich, auch nicht so. Trecker des Todes. Was ist denn? Herzensbrecher? Oder steht da, Herzensbrecher? Ja, Herzensbrecher. Okay, dann machen wir Herzensbrecher. Das ist ein geiles Bild. So eine heiße Schnitte. Bei mir auch. Genau. Mit der Pulp-Action in der Hand. Nice, nice. Sieht das aus wie so ein Stundengewehr? Ja, das ist ja die... Farmers, ne? Farmers. Typ 90, keine Ahnung. Kannst du die bezeichnen, dafür nicht. Grad drin? Was? Boah, nein. Nee, Motorrad ist da drin. Aber guck, ob du einstellen kannst und mit durchfahren. Ey, kein Motorrad. Und mach mal eigene Fahrzeuge aus. Kein Kontakt. Wieso wurde da grad ein Kopffeld ausgesetzt? Ich hab's mich grad gefragt. Wieder echt zu glitsch. Voll die verpackte Scheiße. Ach, ich bin ja jeder Host. Ja. Aber du... Kein Kontakt. Oh, neue Waffenerweiterung. Abheb-Pistole, großes Magazin. Geil. Danke, tschüss. Ich hab nen Griff bekommen. Für ne Sturmschrotflinte. Oi. Was? Die hast du schon? Boah. Ja. Eigene Fahrzeuge erlaubt. Ich hoffe, es hat keiner ein übelst getuntes Motorrad. Ich hab das neue Motorrad. Getunt. 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 Oh. Ähm. Aber wisst ihr was? Warte mal. Wieso ist die getunt, hä? Scheiße. Ja, weil du sie halt einfach in Besitz hast. Ich hab doch gar keine Batti. Ich hab doch gar keine Batti. Ach doch, oder hab ich ne Batti? Weiß ich gar nicht. Oh, da ist Next Trap, hallo. Hi. Immer noch eins gewonnen und 32 verloren. Ende war was dran. Los. Äh. Scheiße, was soll ich n- Batti, 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 Batti. Okay. Spasti? Spasti. Ich war mit dem Spasti. Ja. Lalalalalalalala. Das ist mir so geil, wenn sie die Hände hochmacht. Was, 10.000 wurden gesetzt? Ja, auf mich. Scheinbar. Keine Ahnung. Ja, insgesamt 10.000. Wie viele wir sind. Oh, und üh. Fuck. Boah. Alter, ich bin ganz hinten. Ich bin ganz hinten. Mit Onkel. Na, ich hab den Super-Stat, glaube ich. Ach, ne, doch nicht. Ich hätte das mit dem Fahrtchir fahren sollen. Fahrtchir. Nein, das Fahrtchir. Ach, Alter. So richtig chaos hier. Alter, das ist ja Krii. Das ist ja gegen Krii. Nein, du Gorker, du. Ich bin selber ausgeflogen. Ich bin selber ausgeflogen. Irgendwie hab ich den ersten Platschen wieder verkeckt. Nein, da kommt noch mehr. Avenger. Alter, Avenger. Ach, da verpiss ich dich. Das bin ich doch. Oh, oh, Alter. Oh, nicht fallen. Oh, oh, ja. Oh, 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 oh. Nein. Nein, Mann, da kam doch mal so ein Fleck. Nein. Super. Das war's wieder für mich. Ach, Rossi. Ey, Mann. Ey, hast du 86 Runden eingestellt? Ja. Oh, du Ratte. Ach, du wirst sowas könnt ihr mich anklagen. Oh, ihr seid voll die Ratten, wisst ihr? Ja, Mann. Lepigoodies für euch. Nein, ich war auf der Seite. Oh, Mann. Alles gut ist. Warte, dann nutze ich hier die Tier preguntas. Nein! Oh, oh. Rooooosh. Rooooosh. Roooosie. Rooosii. Hehehe. Und nur Test-Doktorane. Ach so. Ach. Zwei Runden, aber. Ey. Also, wir sind da so hochgehoben. Oh Mann, ich glatte sie die ganze Zeit ab. Ui das ist einfach ein 6er-Anschirm. Nein. Nein! Schock mich doch nicht weg! Du Arsch! Eigentlich kein Wadertum und ein Pflaster auf den Lippen. Nein! Boah, Reibung ist gekommen. Alter. Boah, wie knapp. Oh, Rossi hat mich jetzt angeholt. Rossi. Alter, Rossi. Ja. Nein! Ich auch nicht. Ich schirpst. Mach eigentlich so ganz easy aus. Das ist ganz gut. Das macht Spaß. Am Anfang war es halt ein bisschen chaotisch. Weißt du, da macht man einen einzigen kleinen Unfall schon auf dem Ziel. Ne, 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 ne. Hup, knapp, knapp. Ich hab zwei Videos weitergemacht. Volle Lächel habt ihr eben nochmal. Aber wir waren in der Nähe. Zumindest vom Zeit her. Milchig. Milchig. Äh. Kongolisch. Es war ja klar, dass er wieder das Glück überhaupt hat, die er hätte. Das ist unglaublich. Wollte auf ihn wetten, aber es hat nicht geklappt. Ey, ich wette drauf, ey. Guck mal, der hat 49.000 gewettet, Alter. Ich kann mal so viel verwetten. Keine Ahnung. Also das höchste, was ich ersetzen konnte, war 4.200. Das ist ja irgendwie prozentual mit deinem Wahl dabei. Alter, minus 49.000, meine Fresse. Oh, was ist mit dem los? Was passiert, wenn er gewinnt? Wie viel Geld kriegt denn der dann? Keine Ahnung. Frage ich mich. So prozentual müsste man das vielleicht gucken können. So, machen wir erstmal Ende, oder? Oder wollen wir nochmal schnell was machen? Nö, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, tschüss. Ja gut, dann lass erstmal aufhören, und ja. Tschüss. Wir haben Bolch gesagt. Tschüss. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. 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 Tschüss.